Indessen sorgen Äußerungen von Kanzlerin Merkel aus einem bislang nicht veröffentlichten ARD-Interview für große Empörung bei der SPD. Es geht dabei um die Haltung der Sozialdemokraten zur Euro-Krise. Merkel nennt die SPD unzuverlässig. SPD-Politiker verwiesen darauf, dass sie in allen wichtigen Abstimmungen zur Europapolitik an der Seite der Regierung gestanden hätten. Spitzenkandidat Steinbrück warf Merkel vor, sie habe Brücken eingerissen. Hier die Ausschnitte aus der ARD-Dokumentation, die den Streit ausgelöst haben. In der Frage der Euro-Krise ist die Sozialdemokratie total unzuverlässig. Da ist von Euro-Bonds, Schuldentilgungsfonds, gemeinsamer Haftung bis hin auch zum Gegenteil schon alles gesagt worden. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man mit einer einheitlichen Richtung jetzt diese Krise weiter bedältigt. Ich habe Mühe, mich höflich auszudrücken. Denn es ist die SPD gewesen, die sich nicht unzuverlässig, sondern die sich im Deutschen Bundestag höchst zuverlässig erwiesen hat. Und zwar auch in einer Situation, wo Frau Merkel die Stimmen der SPD brauchte, um eine Zweidrittelmehrheit für den Fiskalpakt zu bekommen. Da davon zu reden, die SPD sei unzuverlässig, könnte mich fast dazu einladen, im Deutschen Bundestag eine sehr gegenläufige Haltung gegenüber dieser Bundesregierung zu fahren. Sie sagten, die Sozialdemokraten sind unzuverlässig beim Management der Euro-Krise. Sie hat aber im Parlament immer für ihre Politik gestimmt. Ja, sie hat immer dafür gestimmt und hat deshalb ja auch große Mühen, nur wieder was Kritisches zu finden. Aber ich halte sie trotzdem nicht für stabil in der Frage. Ein solches Zitat vergesse ich nicht so schnell. Das heißt? Das wird einen weiter beschäftigen nach dem Motto, man begegnet sich immer zweimal im Leben. Erst recht im politischen Leben. Zum Streit zwischen der Kanzlerin und der SPD jetzt eine Einschätzung vom Leiter unseres Hauptstadtstudios, Ulrich Deppendorf. Die SPD ist bitter enttäuscht und getroffen von der Bundeskanzlerin und deren Vorwurf der Unzuverlässigkeit in der Euro-Rettungspolitik. Es waren, Herr Steinbrück hat das gerade gesagt, die Sozialdemokraten und so die empörten Reaktionen nach heute, die alle Entscheidungen der Bundesregierung zur Euro-Rettung mitgetragen hätten. Das war für die Partei und Fraktionsführung innerparteilich nicht immer einfach. Auch der Kanzlerkandidat musste für diese Position kämpfen. Da trifft dieser Vorwurf der Kanzlerin die Parteispitze schon ziemlich hart, gerade eben in Wahlkampfzeiten. So sprach Fraktionshef Steinmeier im Bundestag sogar von einer Sauerei. Und Peer Steinbrück sagte, Merkel zerstöre Brücken für die Zukunft. Da fragen sich aber viele Beobachter, ob er nicht auch die Brücken zu einer großen Koalition gemeint hat. Heute Abend hat die Kanzlerin versucht, den Streit zu entschärfen. Sie habe nicht das Abstimmungsverhalten gemeint, sondern nur die Auffassungen der SPD zu Euro-Bonds zum Beispiel. Auch die Kanzlerin hat eben verschiedene Koalitionsoptionen im Blick. Zurück zu Linda Zervakis.